Hallo liebe Studentinnen und Studenten, das Thema für heute ist Konditional-Sätze, Konditional-Angabe. Konditional-Sätze geben eine Bedienung ein. Die entsprechende Frage wird erlauten, wann und unter welcher Bedienung. Unter welcher Bedienung heiratest du mich, wenn du Millionär bist? Das ist eine reale Frage und eine reale Antwort. Wann hilft Joachim Elke, wenn er Zeit hat? Ein Bedienungssatz, Konditional-Satz, ist ein Nebensatz, der mit Falls, Sofern oder Wenn eingeleitet wird. Fragewort Wann. Konjunktion Wenn. Der Nebensatz formuliert die Bedienung, die erfüllt sein muss, damit die Folge, die im Hauptsatz angegeben wird, realisiert werden kann. Bedienungssätze können nicht in der Vergangenheit stehen. Und jetzt die Beispiele. Wann ärgern sie sich? Ich ärgere mich, wenn sich meine Mitarbeiten verspäten. Wann werden Mitarbeiter fristlos entlassen? Mitarbeiter werden fristlos entlassen, wenn sie Betriebseigentum entwenden. Wann loben sie ihre Mitarbeiter? Meine Mitarbeiter werden gelobt, falls sie sich besonders für die Firma eingesetzt haben.